Servus und willkommen zu 17.30 Sat.1 Bayern am Samstag mit einer ganzen Stunde Bayern Kompakt. Ich bin Eva Grünbauer und in der ersten Stunde geht es schwerpunktmäßig um die Politik in Bayern. In München werden die Grenzwerte für Stickstoffdioxid regelmäßig überschritten. Und zwar in einem Viertel aller Hauptstraßen. Das zeigt eine Studie des Landesamtes für Umwelt, die jetzt veröffentlicht worden ist. Mit einem Maßnahmenpaket will die Staatsregierung gegensteuern. Vor allem in den öffentlichen Nahverkehr soll kräftig investiert werden, wie Susanna Eppensteiner und Ecki Hartmeier-Bülow zeigen. Bei mir darf ich jetzt den Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Landtag begrüßen, Ludwig Hartmann, zu verbannen mit dem Dieselfahrverbot zum Beispiel. Ich denke halt vor allem an die Leute, die gerade eben sich ein neues Dieselauto gekauft haben, aber mit gutem Gewissen. Also er ist mit der Freistaat Bayern, schaut erst mal aus. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Thema, das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen ekliger, denn es geht um den letzten Lebensmittelskandal in Bayern, also der erst kürzlich war. Bei acht Großbäckereien in Bayern wurden nämlich erhebliche hygienische Mängel festgestellt. Das behauptet die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Zwar ist das Ganze nicht gesundheitsgefährdend, aber trotzdem, wer von uns will schon Mäusekote auf Semmeln oder Brezen haben? Peter Johannsen mit den Hintergründen. Was jetzt in diesem Falle ja nicht so war, es war halt einfach nur eklig bei den Bäckereien und nicht gesundheitsgefährdend, aber bei Bayern-Ei mit den Salmonellen, da war es schon gefährlich. Jetzt haben Sie von der Landtagsopposition ja einen Untersuchungsausschuss gebildet. Warum eigentlich? Denn vor Gericht ist die Sache ja auch gut aufgehoben, oder? Der wird vielleicht nicht gut so ist. Es geht ja um Sie, liebe Zuschauer, als Verbraucher. Nichtsdestotrotz komme ich jetzt auf ein Thema, das viel entspannter ist. Ich weiß nicht, ob Sie eigentlich gerne radeln. Wahrscheinlich als Grüner muss man radeln, oder? Ich radel auch gerne, ich muss auch nicht radeln. Aber Sie radeln freiwillig. Ich radel übrigens auch gerne. Ja, und können Sie sich eigentlich vorstellen, dass Ihr Fahrrad zum Beispiel mit dem Auto neben Ihnen kommuniziert? So was gibt es bisher noch nicht, aber es wird sicher nicht mehr lange dauern. Was jetzt allerdings schon möglich ist, dass die Fahrradgänge per Funk wechseln können. Diese Innovation stammt vom unterfränkischen Unternehmen SRAM. Was dort sonst noch so für Radlfans erfunden wird, zeigt uns jetzt Angela Fischer. Herr Hartmann nickt freundlich und sagt, ja, da kann man sich nicht mehr so anfluchen, dass man sich so gegenseitig die Auto und Fahrräder, das ist irgendwie nicht so eine große Liebe. Wenn man täglich in der Raschauer, auch in München radelt, da weiß man schon, mit dem Fahrrad ist man anscheinend. Hilfe zum Umweltschutz. Und einem Mann aus dem Allgäu weiter, der sein eigenes Leben riskiert hat, um viele andere zu schützen. Die ganze Gestichte um einen brennenden Tanklaster gleich. Außerdem der neue Mega-Hit des Sommers auf Bayerisch, Despacito. Ja, und warum Kabarettistin Monika Gruber meint, es geht bei dem Lied um Stützstrümpfe, Das erfahren Sie nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Servus Bayern, willkommen zurück zu Satt 1 Bayern am Samstag. Ich bin Eva Grünbauer und das sind unsere Themen in der nächsten halben Stunde. Unglaublich, wie selbstlos ein Mann aus Memmingen sein Leben für das von vielen anderen aufs Spiel gesetzt hat. Ein Tanklaster, beladen mit tausenden Litern Benzin und Diesel, war in Schrobenhausen in Flammen geraten. Und nur, weil der Fahrer so geistesgegenwärtig reagiert hat, konnte Schlimmeres verhindert werden. Schwaben-Reporter Florian Wolske und Liane Bagay haben ihn in Memmingen getroffen. Da können wir uns mal eine Scheibe von abschneiden, gell? Eine Frage an Sie, liebe Zuschauer. Suchen Sie eigentlich einen neuen Job? Na dann, jetzt mal aufgepasst, denn in ganz Bayern werden dringend Bademeister gesucht. Oder wie man richtig sagt, Fachangestellte für Bäderbetriebe. Vor allem für Freibäder. Wer jetzt aber denkt, dass das doch ein lockerer Traumjob sein müsste, der täuscht sich. Wie Harald Möginger und Sandra Lokowand wissen.